Tür, vor der du gerade standest, kannst du aufmachen? Ich hab mich doch extra davor gestellt. Oh. Lüge! Eine neue Waffe. Salamander durch. Klingt wie eine Feuerwaffe. Klingt wie eine sehr kurze Waffe. Damit kennt ihr euch vor allen Dingen aus, wenn ihr männlich seid. Wir machen jetzt hier alle weg. Friendly Fire. Frech. Der hat mich so fertig gemacht und Peter macht den so easy. Danke, Max Smitty, dass ich zwischendurch hier auch mal solche Nachrichten lese und nicht alle so tun, als wären sie die krassesten Skiller on Planet Earth, wie Bram sagen würde. Ich bin gerade das erste Mal selber Dark Souls 1 und gucke deine alten Streams. Macht mega Spaß. Oh, Lauren schleift sich heutzutage noch die alten Streams anzugucken. Die haben wir noch mit 720p 30fps hochgeladen, glaube ich. Richtige Scheiß-Quali. Damals, als ob ich das Kind sehen konnte. Die guten Halbzeiten. Ja, das ist lange her. Das ist wahr. Das habe ich jetzt schön versteckt, ne? Anstatt abzunehmen, wird einfach ein Bart wachsen lassen. Mein Doppelkind stört mich. Was könnte ich tun? Sport? Ernährung umstellen? Nein! Ein Bart wachsen lassen. Sehr gut. Ich bin auch rechts, warte. Vielleicht bin ich. Oh! Ah! Okay, sorry. Ich habe nicht, ich dachte, es kommt ein Gegner und nicht das. Na, komme ich dagegen an. Ich geh hier mit. Okay, dann war ich gut. Okay, dann war falsch auf jeden Fall. Ich geh jetzt mal stark davon aus, like the Esel, wenn wir jetzt hier sofort einen harten Kampf haben. Oh, ich weiß noch gar nicht die Fabeltechnik von dem Ding, ne? Ist mir egal. Ich mach dann jetzt Esel-Snack. Du bist gar kein Esel. Du bist nicht der böse Esel. Du bist der heiße Fuchs. Hello. Geil. Guter Damage. Guter Damage. Gut pariert. Gut pariert. Einfach königlich gekillt. Das Spiel ist cool. Das sorgt dafür, dass ich mich fühle wie ein guter Videospielspieler. Vielleicht mögen das alle deswegen so gerne. weil das ist wie ein Souls-like und sich anfühlt wie ein Souls-like, aber irgendwie einfacher ist. Excuse me, who are you? Ja, also, ne? Regeln bestätigen die Ausnahme. Äh, andersrum. Oh, das ist nicht gut, ne? Das ist schlecht. Bin nicht gut. Ich wollte blockieren, aber... Hallo! Okay, du... Okay. Ja, muss ich mich erst mal drauf einstellen. Ich entschuldige mich für mein Versagen. Autsch. Oh, das ist echt schon geil. Okay, du gehst mir am Sack jetzt. Ich mach doch wieder meine... andere Taktik. Und zwar dich backstab, du Arschkeks. Oh, dann wird er schnell aufgestanden, ne? Ich wünsche, ich hätte weggekommen. So, da hab ich mich ein bisschen blöder angestellt, als ich's gern gehabt hätte. So, gucken wir doch mal, wie wir sterben werden. Oh, dat ist ja schon... Was ist dat denn? Jetzt muss ich mal gucken. Hast du vier Beine oder zwei Beine? Oh, oh. Heißer Schritt. Okay, Flamme des Königs Vorkor. Was kannst du? Ja, du kannst auf jeden Fall richtig Hardcore Damage machen. Okay, dann kannst du auch mehrfach. Ah, da machst du auch gerne mal zwei so von. Okay. Scheiße, ich hab ihn nicht einmal zum Dingensen gebracht. Das war scheiße. Ja, muss man aber auch variieren können, wa? Es nervt mich, dass ich so kacke bin gerade. Okay. Machen wir das noch ein bisschen kackiger. Ha, 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 in meinen Tod gesprungen. Ha, ha, ha. Schade. Und... Oh, das ist das erste Mal, dass das überhaupt geklappt hat. Da denke ich mir am Arsch. Macht doch gut, der Mensch. Jetzt kommen wir in die zweite Phase. Jetzt renne ich mal ganz weit weg. So, wie weit geht jetzt dein Feuerscheiß? Ja, ja, ja. Ah ja, kann man ausweichen. Cool. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Okay. Wieder wird gelernt. Ja, mach mal da deinen Scheiß. Ah, hinter die Röhren geht's nicht. Okay. Cool. Ja. Oh oh Vielleicht habe ich ja noch mal hier so ein Ding Oh nein Wieso springe ich dabei immer? Okay, jetzt müssen wir Damage machen Knappe Geschichte Aber ey, den haben wir jetzt doch noch insgesamt schneller gelegt als ich dachte Ich dachte, an den müssen wir uns deutlich länger rantasten Genau, war quasi fast try Okay, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Stream heute, Chat Wir haben das ganze Gebiet von vorne bis hinten gecleared Ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch Und ich wünsche euch jetzt noch einfach einen wunderschönen Abend Dankeschön an die Mods an dieser Stelle Die heute auch stark mit unterstützt haben Danke auch an alle, die bei YouTube zugeschaut haben Oder jetzt noch das VOD gucken Schön, dass ihr da seid Chaui Ich bekomme dich jetzt noch ein commercials Danke Vielen Dank.